Ich habe mich erst in Deutschland erkundigt und war bei verschiedenen Zahnärzten und habe dann einfach für mich überlegt, wie ich es eventuell günstiger haben kann und habe dann mich im Internet informiert und habe DENTA Prime angeschrieben und habe auch prompt am nächsten Tag eine Antwort bekommen und dann ging das alles ganz schnell. Also ich wurde vom Flughafen abgeholt und am nächsten Tag war ich dann hier in der Klinik, kam hier rein und habe direkt gesehen, alles hochmodern und man fühlt sich direkt auch herzlich empfangen, alles sehr hygienisch und mein erster Eindruck war schon klasse. Am stärksten beeindruckt hat mich hier die Herzlichkeit, aber auch die Technik, die ich so in Deutschland bei den Zahnärzten noch nicht gesehen habe. Und was ich für mich auch ganz wichtig fand, ich bin alleine angereist, ich habe keine Begleitperson und ich fühlte mich einfach hier gut aufgehoben und habe auch ganz schnell Vertrauen geschöpft und auch viele Kontakte gesammelt. Also von dem Unterschied zu Deutschland muss man ganz klar sagen, dass man merkt, dass hier die Technik fortgeschritten ist. Ich glaube, davon können die deutschen Zahnärzte viele träumen davon. Ich habe hier Sachen gesehen, die habe ich bei deutschen Zahnärzten noch nie erlebt und ich war bei einigen. Und dann hat man auch schnell Vertrauen und auch wenn die Ärzte teilweise jung sind, fühlte ich mich absolut kompetent betreut. Meine Freunde sind jetzt schon neugierig und haben das Ganze verfolgt und sind auch interessiert und ich werde das auf jeden Fall weiterempfehlen. Denta Prime ist für mich eine tolle Klinik, in der ich toll behandelt wurde und absolut zufrieden nach Hause fahren.